Die Produktion brennt zu einer Kehrke im Weltkrieg der Atomkraftwerke. Die SIS-1, eines der ältesten Atomkraftwerke der Welt, liegt derzeit noch am Netzen. Der Betreiber erhebt ihn bis 2020 weiterlaufen lassen. Neckarwestheim soll sogar noch 25 Jahre laufen. So es kann, kenne die SPD und fordert den Ausstieg. Wirklich sicher sind wir nur, wenn wir die Alten sofort vom Netz nehmen, das kentänische Regelwerk mehr Sicherheit bringt und aussteigen aus der Laufzeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020